Die Copa del Rey 1989, 90. war die 86. Austragung des spanischen Fußballpokals Copa del Rey. Der Wettbewerb startete am 6. September 1989 und endete mit dem Finale am 5. April 1990 im Estadio Luis Casanova. Titelverteidiger des Pokalwettbewerbs war Real Madrid. Den Titel gewann der FC Barcelona durch einen 2 zu 0 Erfolg im Finale gegen Real Madrid. Damit qualifizierten sich die Katalanen für den Europapokal der Pokalsieger 1991 still. Erste Hauptrunde. Zweite Hauptrunde. Freilos. Achtelfinale. Im Achtelfinale stießen die Mannschaften, welche in der Saison 1989, 90. für internationale Pokalwettbewerbe qualifiziert waren, dazu. Viertelfinale. Halbfinale. Finale. Das Finale fand am 5. April 1990 im Estadio Luis Casanova in Valentia statt. Das Spiel musste mehrfach unterbrochen werden, da immer wieder Gegenstände auf das Spielfeld geworfen wurden. Nach dem Spiel wurde Andonizu Bizarreta während der Ehrenrunde des Siegers FC Barcelona von einer Glasflasche am Kopf getroffen und verletzt. ABC vom 6. April 1990 S. 76 ABC vom 6. April 1990 S. 77 ABC vom 7. April 1990 S. 78 vom 7. April 1990 S. 79 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 vom 7. April